Dann haben wir hier die Mystic Forest Erweiterung. Da gebe ich einfach wieder einen kleinen Tropfen Kleber in diese Schlitze auf der Rückwand. Das Spiel kann außerdem noch verloren werden, wenn der Ritualplatz praktisch voll besetzt ist mit Monstern. Der Permanent Action Marker wandert in der Timeline weiter, das heißt Jagen fällt jetzt raus. Gleich wird Tio laufen. Er macht sich bereit. Meine Damen und Herren, schauen Sie genau hin. Er entkommt der Koa einmal und dann ein Sprung nach vorne. Er schafft es wieder. Jetzt, meine Damen und Herren, wird es ganz kritisch. Er entkommt Koa noch einmal. Und jetzt ein 2-Punkte-Angriff auf Gain. Wird es reichen? Wird es reichen? Es reicht. 2-Punkte-Schaden. Gain ist dahin. Wir gewinnen das Spiel. Lucky Tio. Lucky Win. Und wie gesagt, Schnauze voll. Jetzt gibt es richtig einen Dober. Ja, er hat es geschafft. Er hat es verdammt nochmal geschafft. Oh mein Gott. 2 zu 1 für die Rattenheil-Tunnelbande. Kasi. Unser Kasi. Du bist der Beste. Kasi, Mann. 2 zu 1 für die Rattenheil-Tunnelbande. Kasi, Mann.